Wir sind das Team vom Regionalmanagement Mittelhessen. Wir vernetzen Wirtschaft, Hochschulen und Kommunen unter einem Dach. Eine Million Menschen, 80.000 Arbeitgeber, 70.000 Studierende, fünf Landkreise im Herzen der Natur sind unsere Spielwiese. Und über 500 Mitstreiter arbeiten im Netzwerk mit. Über einen intensiven und kooperativen Dialog missionieren wir seit 2016 die New Work Idee in Mittelhessen. In den Formaten Innovationsforum Mittelhessen, Startup Weekend Mittelhessen, Denkfabrik Personal, Mittelhessen Digital, Treffen Talente auf Erfahrung, Theorie auf Praxis, Experts auf Einheimische, Wissenschaft auf Wirtschaft und wir stellen gemeinsam die Frage, in welchem Umfeld und in welcher Kultur wir die Region entwickeln wollen. Denn Impulse von außen und ein ehrlicher Dialog schafft Inspiration und Motivation, Dinge zu verändern. Jetzt sind Sie dann, geben Sie der Region Mittelhessen und dem Regionalmanagement Ihre Stimme. Ihr Votum ist für uns Motivation, weiter an dem Thema New Work ganz engagiert zu arbeiten. Ihr Feedback ist uns wichtig, von daher Ihre Stimme für unser mittelhessisches Projekt.